Ja, geht der erstmal schön rauf. Ja, geht rauf. Was? Nein! Scheiße! Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars. So und heute habe ich auch ein kleines, klitzekleines Thema. Ein Thema ist es nicht wirklich, aber ich wollte euch was fragen, ja? Wenn ihr andere Spielmodi sehen wollt, dann, ja? Und am besten nicht sowas. Ja, also dein Video finde ich nice, ein Abo und ein Like hast du. Also das, ja? Ich müsste PewDiePie eingeholt haben, ja? So viel wie ich an Werbung einfach da kriege. Und dann immer noch dieses PS oder so, ja? Ja, oder, ja, also wenn du Zeit hast, dann guck mal bei mir vorbei, weil ich abonniere dich ja eh nicht. Und wenn du mir ein Abo gibst, ja, dann ich deutsch, ja? Wenn du mir ein Abo gibst, dann du deutsch und du dann richtig gut kannst machen, dieses Geben von anderen Likes, weißt du? Das ist einfach derbe behindert, Mann. Was soll das? Das ist einfach diese Kommentare, wo man, oder diese Videos, wo man sich so denkt, ja, okay, also ist es so mittlermäßig gewesen. Ich denke mal so, ja, drei Likes und ein Dislike. Aber ich habe auf kaum ein Video ein Dislike, weil ich einfach nur Werbung kriege, ja? What the fuck? Ich meine, ja, was bringt es ja, auch wenn das einer macht, ja? Und ich weiß, es gibt Leute, die machen sowas. Das finde ich ultra witzig, ja? Vielleicht finden es die Leute auch witzig, ja? Aber da ich das nicht mache, aber ich das weiß, ja? Fragt jetzt nicht, woher? Das wäre sonst jetzt peinlich. Ähm, und, ja, guten Hunger, wenn ihr jetzt was esst. Äh, verschluckt euch nicht, wenn ihr was trinkt. Keine Ahnung, was soll ich denn sagen? Normalerweise, ja, Leute, ich müsste PewDiePie mailen, ja? Ja, du, also, deine Videos, das ist nicht, das ist nix gut. Ja, einfach aus dem Grund... Oh, er kann fast bridge sein. Ähm, aus dem... Oh, er baut sich wieder runter. Aus dem Grund, ja, weil ich einfach diese Werbungen immer wieder kriege und kriege und kriege. Und es hat einfach gar... Oh, nice. Einfach gar kein Ende, ja? Ich weiß nicht, was das eben jetzt war. Aber es war mega nice. Oh, hallo. Nein, ich bin ja eh gleich tot. Wie er mich halt gar nicht trifft. So, ich frage den Kollegen mal, was mit Essen ist. Leute, ja, vertraut mir wirklich, ja? Und macht einfach diese Werbung nicht. Ja, auch wenn ihr jetzt gehofft habt, ihr so... Oh ja, bitte sag ja. Macht das einfach mal nicht, ja? Macht ordentlichen Content, ja? Und guckt, ja? Oder macht ordentliche Texte und all so ein Scheiß. Da hinter uns ist einer, nice. Ja, schaut einfach mal, wie viel mehr Likes und Abos ihr kriegt, wenn ihr nicht so ein Hartz-IV-Kanal seid, ja? Weil ich hab einfach Leute, die haben paar tausend Abonnenten, die schreiben mir, ja, nice Video, weiter so, ja? Keine Werbung, ja, auch wenn man so sehen könnte, ja, das ist ja nur, damit man dann vorbeischaut, ja? Aber ich mache das ja nicht. Und der for... Er fordert mich ja dann, oder derjenige fordert mich ja dann auch nicht, dazu auf, das zu machen. So, und das finde ich einfach dann richtig dumm, wenn dann andere Leute kommen, die dann sogar noch mehr Abos haben, ja? 3000 oder so, ja? Und der da fordert irgendwie 2000. Und dann einfach der mit mehr Abos schreibt, Ja, äh, Like, Abo haste, würde mich freuen, wenn du mich auch abonnierst. Also, ich kenne einen, ja? Der hat dadurch 16.000 oder 6000 Abonnenten, oder so. Auf jeden Fall hat das einer mal, irgendwie, 2-3 Mal unter meinem Video geschrieben. Und ich muss mich korrektieren von meinem Bad Wars Video, wo ich das schon mit den Kommentaren gesagt hatte. Das stimmt nicht so ganz, ja? Was ich am Ende gesagt hatte, dass mich Leute unter meinem ersten Video, ja, dem ich... Alter, nice, unser Teammate. Äh, dass unter meinem ersten Video, ähm, 3 oder 4, keine Ahnung, Werbungen gemacht hat, das ziehe ich zurück. Das war falsch, es war eine. Bei den ganzen, also würde ich das jetzt mal zusammenzählen, ja? Das kann ich ja mal gleich nach diesem Video hier machen, ja? Also, noch in diesem Video nach dieser Runde. Und dann mal gucken, ja? Wie viel da einfach rauskommt. Es wird so scheiße viel sein. Ich sag's euch. Also, alle zusammengezählt aus allen Videos, ja? Die ich bisher produziert habe, ja? Oh, nein, nein, nein. Oh, ja. Geil. Ah, das ist gut, ja. Alter, ich hab so viel Gold. Dieser Moment, wenn zwei auf einen schießen wollen. Nice. Ich hab ihn, Alter. So, dann wollen wir doch mal auf Gelb. Ich hoffe, dass die jetzt nicht in die Mitte kommen. Das wäre ein bisschen extrem behindert. Und vor allem, weil ich hier mit so einem Eisenschwert und der krassesten Brust und dem besten Bogen rumlaufe, wäre das auch nicht so geil, wenn die mich jetzt runterschießen würden. Aber, die sind natürlich ganz gestört und gehen da nicht hin. Nice. Ich würde die erst mal verkämpfen lassen. Nice. Nice, Alter. Ich hab einfach mal schön das Bett von denen geholt. Easy, Alter, ja? Das ist schon mal richtig nice, ja? Deswegen dürft ihr auch mal keine Werbung machen und mal ordentliche Kritik in die Kommentare schreiben, ja? Das wäre mega nice, wenn wir mal eine Folge, ja? Eine Folge ohne Werbung schaffen würden, ja? Ich meine, alleine das wäre ja schon eine Glanzleistung, ja? Ich meine, so viele Abos, die ich am Tag kriege, das kriegt nicht mal PewDiePie im Jahr, ja? Das ist einfach unberechenbar. Das ist einfach so viel, ja? Nice, schon wieder 29, 26, ja? Ja, geht der erst mal schön rauf, ja, geht rauf. Was? Nein, scheiße! Scheiße! Nice. Scheiße, wie dumm war das denn? Alter! So, fuck! Es wäre mal mega nice, ja? Wenn wir eine Folge, ja? Ich übertreib jetzt schon halb. Likes, einfach richtig nice. Nice, Ron. Ähm, richtig nice Likes schaffen, ja? Ich würde mal so sagen, fünf Likes, ja? Und, ähm, ja, am besten auch keine Werbung, ja? Keine Werbung, sondern wenn, dann richtige Kritik, ja? Was man verbessern kann oder so. Und ich werde jetzt in diesem Video noch ganz kurz, was ihr nicht sehen werdet, werde ich nochmal die Werbungen durchzählen. Und dann würde ich sagen, wir sind gleich.